Willkommen zurück bei Fallout 4. Sag doch was, verdammt nochmal. Wir haben uns der Stehlanden Bruderschaft angeschlossen. Letztes Mal. Mal gucken, was die uns noch so erzählen wollen. Heute. Warum bist du so wütend auf mich? Ich bin nicht wütend. Ich erkläre dir nur, wo du stehst. Du bist hier nur eine angeheuerte Aushilfe. Mehr nicht. Kann ich mir irgendwie deinen Respekt verdienen? Befolge deine Befehle. Halt den Ball flach. Und vor allem die Schnauze. Und jetzt erkundige dich mal besser, ob er schon einen neuen Auftrag für dich gibt. Keine Ahnung, was da los ist. Wenn tatsächlich Verstärkung kommt, lässt es dich jede Menge Zeit. Hey, wenn Paladin Dance sagt, dass sie kommen, dann kommen sie. Die große Fresse macht ja nichts. Ich weiß nicht, warum. Wir haben schon die Hälfte unserer Leute verloren. Klar. Der Neuling hilft uns. Aber ich hoffe wirklich, dass wir lange genug überleben. Wir schaffen das Große. Gelehrte Halen. Du solltest dich besser beeilen. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Na gut. Dance. Bist du bereit? Bereit. Wunderbar. Folge mir. Und versuch nicht zurückzufallen. Okay. Nett. Ich bin alle Power-Rust. Dann latschen wir ihn mal hinterher. Nadine Dance ist ein unglaublich guter Truppführer. Ich wüsste nicht, was wir ohne ihn machen sollten. Oh nö. Jetzt muss ich wieder warten. Na los. Bin ich ja mal gespannt, wo er jetzt hinläuft. Und ob er auch was kann. Große Klappe haben die ja alle da drin. Vor allem der eine Typ. Und den kann ich ja mal so gar nicht ab. Den kleinen Lodger. Achso. Ich hätte noch ein bisschen looten sollen in der Polizeistation. Na das ist egal. Machen wir später. Läuft nicht weg. Ist nachher auch noch da. Oh, jetzt war er eilig. Guck mal los. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Jo. Und da. Ich bin auch ne Ahnung. Genau. Ich bin auch ne Ahnung. Fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. So, so. Ja, dann machen wir das. Kein Ding. Aber das ist ja scheiß weg. Jo. Das überrascht dich vielleicht, aber mein Erkundungsteam ist nicht das erste, das ins Commonwealth vorgedrungen ist. Über die letzten sieben Jahre hat die Bruderschaft zwei weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Sie haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon vier Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben, als verschollen gemeldet zu werden. Ich habe nicht gesehen, was da überhaupt war. Piper hat das verregelt. Wo sind denn überhaupt? Oh ja, das stimmt. Hoppla. Noch mehr Köthung? Das gehört jetzt uns. Ja nimm mal mit. Fleisch kochen. Was willst du denn? Fliegendes Radio. Weiter geht's. Da wären wir. Arkjet Systems. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Nun gut. Dann machen wir das mal. Let's go. Gespannt was da drinnen abgeht. Oh. Das scheint wohl etwas größer zu sein. Aber geh mal vor. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Hör nicht. Schliere die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Gut. Dann brauchen wir uns weniger Gedanken, um die Sicherheitssysteme zu machen. Negativ. Das ist alles andere als gut. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu säen. Die Roboter wurden von SINs des Instituts angegriffen. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar. Gehen wir weiter. Irgendwas looten. Nein. Gut. Ich sehe noch ein paar Schwanteile, die die Bruderschaft interessieren können. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Mach das. Ich will aber auch ein bisschen was abkriegen. Aber jetzt liegt dir nur scheiße rum. Das scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schau mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Bestimmt am Terminal. Das hier so hell beleuchtet ist. Den Code kann ich nicht knacken. Oh shit. Ah. Zum Protokoll. Das können wir uns mal anhören. Mh. Und das was anders. Und das was anders. Oder diese Protokoll-Kram. Diversus. Mh. Und das ist wo anders. Da wohl nicht. Keine Ahnung. Was ich vielleicht gleich mal abspielen soll. Terminal. Passwortänderung. Passwort Sicherheit. Blablabla, blablabla, blablabla. Ah, jetzt habe ich das Passwort wohl. Da steht es. Okay, kann ich es jetzt. Perfekt. Tür öffnen. Jawoll. Gucken wir doch mal bei der Laborsteuerung nochmal. Oh, okay. Menge netter Spielsachen. Gute Arbeit. Gehen wir schön hinterher. Wir haben vielleicht ein Problem. Oh. Den nennen wir schon mal. So weit gekommen. Waffe in die Herstellung. Alles bei uns sind. Gut, haut aber rein, der Palladina. Gut. Nö, den Schlagschock. Könnte ich liegen lassen können. Das nehmen wir mal mit. Bewegung entdeckt? Seltsam. Sensor meldet feindlich im Bild. Sensor meldet feindlich im Bild. Ach, du machst das schon. Schwester. Ich bin gebraucht. Oh. 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 Wenn der oben steht aber scheiße, fügen wir nicht. Wird es hier geben? Bitte senken Sie Ihre Waffe. Sie hätten sich lieber verziehen sollen. Das tut Pistolen. Fusionszellen. Das ist wohl die Munition von denen. Man könnte so eine Pistole ausrüsten. Die bringen vielleicht mehr. Nehmen wir auch mal mit. Das ist ja hin da hoch. Was da oben abgeht. Was spricht der wieder runter? Hallo? Oh, hier ist eine Falle. Da auch. Schön entschärfen, die Scheiße. Wollen wir jetzt ein save. Ob ich ihn aufkriege. Ja. Aber auch nicht. Mist. Ein bisschen verrückt. Na. Er hat aber nicht viel Spiel, der Junge. Wo ist er denn? Meine Fresse. Also. Cool. Oh, das sieht ganz gut aus. Das war doch eben noch da. Was ist hier noch? Da kann man auch noch rein. Das wärs. Mal wieder zu den Türen. Geht's hoch? Aber auch. Die Tür hat sie jetzt gebracht. So. Mal speichern. Kann die wissen. So. 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 Mal speichern. Mal speichern. Wo ist jetzt dieser Dance hin? Scheint eine Sicherheitsanlage zu sein. Mal so viel Schaden macht die Scheißknarre jetzt aber auch nicht. Wo ist denn Piper hin? Da bist du. Hier liegt aber auch nur Mist rum. Gute Zeit. Sehr gut. Ein Klo. Nicht darum. Aha, Klammern. Ist immer gut. Jetzt will er schon wieder da runter. Ich geh mal hinterher. Gut. Dann mal rein. Ach, Maschinenkern da. Stehts ja auch. Aber was uns hier drin erwartet, das sehen wir leider erst nächste Folge. Pass auf, wo du hintrittst. Diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Bis dann.